Kapitel 37. Das Osterkonzert der Tiere Das diesjährige Osterfest in Grünfels wurde mit einem ganz besonderen Ereignis gekrönt, einem Osterkonzert, bei dem die Tiere des Waldes die Hauptrolle spielten. Lea, Luisa, Mahler und Paul hatten von diesem seltenen Spektakel gehört und waren voller Vorfreude, es mit eigenen Augen zu sehen. Ein Konzert mit Tieren als Musiker? Das müssen wir uns ansehen, sagte Mahler. Das Konzert fand in einer großen Lichtung im Wald statt. Eine Bühne war aufgebaut worden, und verschiedene Tiere hatten sich versammelt, Vögel, die auf kleinen Flöten spielten, Eichhörnchen, die Trommeln schlugen, und sogar ein Fuchs, der eine Geige spielte. Die Kinder setzten sich auf die bereitgestellten Bänke und warteten gespannt. Als das Konzert begann, waren sie erstaunt über die Harmonie und das Talent der Tiere. Die Musik war fröhlich und lebhaft und passte perfekt zur festlichen Osterstimmung. Zwischen den Musikstücken erzählte ein alter Hase, der offensichtlich der Dirigent des Ensembles war, Geschichten über den Frühling, die Natur und die Bedeutung von Ostern. Seine Worte waren weise und berührend, und sie verliehen dem Konzert eine besondere Tiefe. Lea, Luisa, Mahler und Paul waren fasziniert von der Vorstellung. Sie hatten nie gedacht, dass Tiere so musikalisch sein könnten. Das Konzert brachte ihnen die Natur und ihre Bewohner näher und zeigte ihnen, wie wunderbar und überraschend die Welt sein kann. Als das Konzert zu Ende ging, applaudierten die Kinder und die anderen Zuschauer begeistert. Die Tiere verbeugten sich und verschwanden dann langsam im Wald. Das war das unglaublichste Konzert, das ich je erlebt habe, sagte Luisa, als sie nach Hause gingen. Das Osterkonzert der Tiere wurde zu einer unvergesslichen Erinnerung für Lea, Luisa, Mahler und Paul. Es war eine Lektion in Harmonie, Schönheit und der tiefen Verbindung, die zwischen Mensch und Natur bestehen kann. Kapitel 38 Der Osterfotowettbewerb Das Dorf Grünfels veranstaltete dieses Jahr zum Osterfest einen besonderen Fotowettbewerb. Das Thema war die Schönheit des Osterfestes. Lea, Luisa, Mahler und Paul, alle begeisterte junge Fotografen, waren aufgeregt bei der Idee, am Wettbewerb teilzunehmen. Wir könnten die verschiedenen Aspekte von Ostern einfangen, wie die Natur, die Gemeinschaft und die Traditionen, sagte Luisa begeistert. Jedes Kind entschied sich für einen eigenen Schwerpunkt. Lea konzentrierte sich auf die Natur, fotografierte blühende Blumen und Tiere, die im Frühling aktiv wurden. Luisa beschloss, die Gemeinschaft in Grünfels zu porträtieren, indem sie Fotos von Familien machte, die Ostereier bemalten und zusammen feierten. Mahler interessierte sich für die traditionellen Aspekte von Ostern und fotografierte Kirchen, Kreuze und andere religiöse Symbole. Paul hingegen konzentrierte sich auf die fröhlichen und spielerischen Seiten des Festes, wie Kinder bei der Ostereirsuche und bunte Dekorationen. Nachdem sie ihre Fotos gemacht hatten, trafen sich die Kinder, um ihre besten Aufnahmen auszuwählen. Sie waren beeindruckt von der Vielfalt und Schönheit der Bilder, die jeder eingefangen hatte. Am Tag des Wettbewerbs stellten sie ihre Fotos in der Gemeindehalle aus. Die Dorfbewohner kamen, um die Ausstellung zu besuchen und waren erstaunt über das Talent und die Kreativität der Kinder. Die Jury, bestehend aus lokalen Künstlern und Fotografen, hatte die schwierige Aufgabe, die Gewinner auszuwählen. Sie lobten die Arbeit der Kinder für ihre Originalität und die Fähigkeit, die Essenz des Osterfestes einzufangen. Zum großen Erstaunen der Kinder gewannen sie den ersten Preis für ihre gemeinsame Ausstellung. Die Jury erklärte, dass die Kombination ihrer verschiedenen Perspektiven ein vollständiges und wunderschönes Bild von Ostern in Grünfels darstellte. »Wir haben es zusammen geschafft«, rief Mahler aus. »Jedes Bild zeigt einen anderen Teil dessen, was Ostern für uns bedeutet.« Der Osterfotowettbewerb wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis für Lea, Luisa, Mahler und Paul. Sie hatten nicht nur ihre fotografischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt, sondern auch gelernt, wie die Zusammenarbeit verschiedener Perspektiven ein noch schöneres Gesamtbild schaffen kann. Kapitel 39 – Die Ostergeschichten-Nacht In Grünfels war es Tradition, dass am Abend vor Ostersonntag eine »Ostergeschichten-Nacht« stattfand. In diesem Jahr beschlossen Lea, Luisa, Mahler und Paul, eine besondere Ostergeschichten-Nacht zu organisieren, um die alten Legenden und Märchen von Ostern mit den jüngeren Dorfbewohnern zu teilen. »Wir könnten jeder eine Geschichte erzählen und sie mit kleinen Aufführungen zum Leben erwecken«, schlug Luisa vor. Die Kinder begannen mit den Vorbereitungen. Sie wählten ihre Lieblingsgeschichten aus, die von Osterhasen, Frühlingsfeen und magischen Eiern handelten. Sie bastelten Kostüme, bereiteten Requisiten vor und übten ihre Erzählungen. Am Abend der Ostergeschichten-Nacht versammelten sich alle im Gemeindesaal, der mit bunten Bändern, Frühlingsblumen und kleinen Lichtern geschmückt war. Eine gemütliche Atmosphäre erfüllte den Raum, als die Kinder begannen, ihre Geschichten zu erzählen. Lea erzählte eine Geschichte über einen mutigen Osterhasen, der ein verlorenes goldenes Ei rettete. Luisa brachte eine Legende über eine Frühlingsfee zum Leben, die den Tieren des Waldes half, den Frühling zu begrüßen. Mahler erzählte eine alte Dorfsorge über einen magischen Baum, der nur in der Osternacht blühte. Paul führte ein lustiges Gedicht über die Abenteuer von Osterkücken auf. Zwischen den Geschichten sangen sie traditionelle Osterlieder und luden das Publikum zum Mitsingen ein. Die Kinder waren begeistert, und auch die Erwachsenen lauschten mit einem Lächeln auf den Lippen. Als die Ostergeschichten-Nacht zu Ende ging, fühlten sich Lea, Luisa, Mahler und Paul erfüllt und glücklich. Sie hatten nicht nur Spaß am Erzählen und Aufführen der Geschichten gehabt, sondern auch die Bedeutung von Ostern und die Freude am Teilen von Traditionen mit ihrer Gemeinde gefeiert. Das war die beste Ostergeschichten-Nacht, die wir je hatten, sagte Mahler, als sie das Licht im Gemeindesaal ausschalteten. Die Nacht wurde zu einem unvergesslichen Teil ihrer Ostererinnerungen und stärkte das Gefühl der Gemeinschaft und des Zusammenhalts in Grünfelds. Kapitel 40 Das große Osterpuzzle Zum Abschluss des Osterfestes in Grünfelds hatten die Organisatoren eine besondere Herausforderung für die Dorfbewohner vorbereitet. Das große Osterpuzzle Es war ein riesiges Puzzle, das ein wunderschönes Bild von Grünfelds im Frühling darstellte. Lea, Luisa, Mahler und Paul waren begeistert von der Idee und entschieden, als Team teilzunehmen. Stellt euch vor, wie toll es aussehen wird, wenn es fertig ist, sagte Paul, als sie zum Gemeindezentrum gingen, wo das Puzzle aufgebaut war. Das Puzzle bestand aus tausenden von Teilen und war auf einer großen Fläche in der Mitte des Raumes ausgebreitet. Viele Dorfbewohner hatten sich bereits versammelt und begonnen, an dem Puzzle zu arbeiten. Lea, Luisa, Mahler und Paul fanden einen freien Platz und begannen mit dem Zusammenfügen der Teile. Sie konzentrierten sich zunächst darauf, die Ränder zu vervollständigen und arbeiteten sich dann zum Zentrum vor. Das Puzzle war komplex, aber sie genossen die Herausforderung und die Zusammenarbeit. Während sie arbeiteten, kamen andere Dorfbewohner hinzu, um zu helfen. Es wurde zu einer Gemeinschaftsaktion, bei der Jung und Alt zusammenarbeiteten. Die Atmosphäre war fröhlich und kooperativ, mit Gesprächen und Lachen, die den Raum erfüllten. Nach mehreren Stunden intensiver Arbeit war das Puzzle fast vollständig. Das Bild zeigte die wunderschöne Landschaft von Grünfels, mit blühenden Bäumen, einem fließenden Bach und einem strahlenden Regenbogen am Himmel. Als das letzte Puzzleteil an seinen Platz gelegt wurde, gab es einen großen Applaus. Die Kinder standen zurück und bewunderten das fertige Werk. Es war nicht nur ein Puzzle, es war ein Symbol für Teamarbeit, Geduld und die Schönheit ihrer Heimat. Wir haben es zusammen geschafft, sagte Lea glücklich. Das große Osterpuzzle wurde im Gemeindezentrum ausgestellt, wo es von allen bewundert werden konnte. Es wurde zu einem stolzen Symbol für das Gemeinschaftsgefühl in Grünfels und eine schöne Erinnerung an ein erfolgreiches Osterfest.